Wir machen in den Befragungen komplette Erhebungen der ganzen Schulnetzwerke. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler an den jeweiligen Schulen werden befragt. Zum einen zu ihren individuellen Faktoren, die für Cybermobbing eine Rolle spielen, also Persönlichkeit, beispielsweise die Nutzung von Internettechnologien. Und auf der anderen Seite fragen wir auch nach den Freundschaftsnetzwerken. Also mit wem ist man quasi verbunden in der Schule und können durch diese Befragungsart auch eben dieses Netzwerk komplett erfassen. Wir wissen wirklich jede einzelne Person, wie die sich verhält und in welchem Milieu die sich bewegt. Das macht es sehr viel differenzierter als so Pauschalbefragungen.